Heute präsentieren wir Ihnen unseren Kaminholzwagen. Der Kaminholzwagen lagert auf stilvolle Art und Weise Brennholz für Öfen, Kamine oder für Grill- und Lagerfeuer. Der mobile Wagen kann horizontal oder vertikal platziert werden und ist für innen und außen geeignet. In Kombination mit der separat erhältlichen Holzplatte dient er als Sitzgelegenheit oder als stetig für die nächste Party. Der Wagen ist in drei Farben erhältlich, in Edelstahl, in Schwarz oder in Weiß. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020